ahoi liebe leute willkommen und schön schön ja hi romi danke also romilein ist die unsere hilfreiche tippgeberin ja danke und gerne wie tipps ja wir könnten die welt komplett zu lassen ich finde es mit den stellsten da halt jetzt echt so abartig hässlich ich könnte eventuell da ringsherum die dinger bauen aber habe ich zur helfe trotz noch diese stellsten zu sehen das mag ich nicht ich würde ihn doch eher gerne dahin allein schon mal näher hier drin sind und haas ja schön so schön und ja moment behalte die motor an wir sind gleich weg ich gebe dir alle ob du willst ja ist mir egal gib mir dinger her so hier kommt da wow das war jetzt aber ziemlich zeitversetzt tolle sache okay ich bin noch eine tolle sache okay 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 jetzt haben wir sogar noch genug für die kettensäge okay ja schön 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 ja ja hier ist ja auch was trotzdem hat er für sie gekriegt und ja dieser baum nervt mich wirklich das ist ein komisches geräusch das ist doch ein baum mir nicht aber jetzt ist baum weg ja tschüss das können wir ausmachen denn das war hier erst einmal den da wieso braucht er jetzt drei gut den gibt es halt nur den äh so jetzt mal die alles weg sortieren so gut wir brauchen vier stahl ja ok zwei können wir schon weg die dinger dafür brauchen wir doch da hätten sie ruhig runter machen können ja hier haben wir noch einen ne jetzt war eisen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so stahl haben wir nicht gut haben wir echt keinen stahl mehr moment haben wir irgendwas was wir mit stahl herstellen und davon haben nö schade ja das älger mich jetzt auch noch ein bisschen was wir khnt haben wir auch shit Ah! Ah, okay. Ja, shit. Den müssen wir... brennen. Vier Stück brauchen wir. Ja, so als hätten wir noch welche gehabt. Moment. Scheiße, jetzt gehen wir den da nicht mehr raus. Aber wir können das so machen. Dann ballern wir den bis jetzt nicht weg. So, wir werden die dann machen. Hm, 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 hm. Gut. Boah, die Zählen sind auch schon wieder weg. Ja, wenn wir jetzt unser Düse-Ding haben... ...würde ich denn doch schon eher sagen, dass wir... ...bauen noch ein bisschen warten. ... 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 mal ausprobieren das schöne ding bis diese ab mir zurück sind ein bisschen schneller aber jetzt auch nicht so krass schneller mit schiff geht es ja auch noch ok hat auf jeden fall was fünfe und eine halbe minuten haben wir noch du stehst auch schon wieder was soll ich sagen mit dem berg sah es gut aus werden die denn da rumeiern 25 können wir ja schon mal brennen das war alles leer und da drüben und da drüben Nein. So, 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 so. Ich kann ihn noch oben bringen. Ja, so natürlich nicht. Ja, snacken wir mal. Gut. Nein. Eigentlich gucken wir auch noch ein paar Messer verpallern. Ich meine, es hatte eigentlich was gebracht gehabt, glaube ich. Wir machen es mal. Könnte ja so viel Verschwendung sein. Aber wir werden das sehen, wenn wir das massenhaft an Eisen kriegen. ... Das ist schon so schön, ich bin so schön, ich bin so schön. Ja, das, das like ich. Das finde ich echt gut. Das war klasse. Komm, gleich nochmal. Damit wir ganz genau sehen, wie viel das war. Damit warten wir jetzt mal ganz kurz noch. So, eine Minute haben wir noch Zeit. Doch, damit bin ich zufrieden. Das gefällt mir. Ja, so viel dazu. Wir haben nicht genug Eisen dafür. Hä? Ich dachte mal, wir haben es. Das haben wir auch wieder voll. So. Man. Ihr lernt das nicht, ne? Ja, das wird eh das letzte sein. Oh, woher kommt die denn? Oh, wo kommt die denn? Wo war eigentlich, können wir doch weg hier? Naja, vielleicht auch nicht so. Da hinten. Okay. Also, ein bisschen näher hättest du es auch schon getan. Guck mal, wenn ich ihn nach links mache, zieht er runter. Okay. Okay. Hallöchen! Oh, noch einer. Hä? Nee? Echt nicht? Okay, das war echt merkwürdig mit dem Teil. So. Da haben wir nichts. Hä? Ich weiß nicht jetzt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen buggy. War nur ein bisschen. Okay. Hm, woran erkennen die eigentlich die Basis? Am Bett? Oder an uns. Hm. Äh, da. So. Wie gesagt, unser Wohnhaus würde ich auf jeden Fall schon mal umsetzen. Na komm, 50. Das dürfte erstmal reichen. Halt, stopp. Bauen. Ja, Glas. Glas. Okay, Glas und Metallschrott. Jut, kriegen wir hin. Okay. Was? Ja. Die, 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 die. So, dann ist das schön unten, weil ich unten alles gesehen. Au! Oh. Oh, komm mal zurück. Drückiger. Okay. Ja, das ist die Frage, machen wir es hier oder machen wir es da? Wir machen es hier. So. Okay. Oh, ich kann nicht mehr so schlecht aus. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das heißt, wir haben jetzt eine Mitteltür von, so, so, das ist doof. Doppeltüren haben wir ja nicht, denn machen wir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, vielleicht haben wir doch nicht so viele Eisen. Ne, toll. Sehe ich gerade schon, was mich richtig hart annervt. Ne, da machen wir mal neu. Äh, da. Weeeeee. Die ist aber auch toll geworden. Das Zeug können wir hier theoretisch auch abreißen. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen mehr Holz. Verbrauchen tun wir das Zeug hier auch erstmal nichts. Äh, nicht. Rein aufs Neugier. Ja, wir haben jetzt kein Holz, ne? Ah, okay. Das wird nicht Spaß. Ja. Okay. Oh, bella. Wum, rum, 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 rum. Ne, hier. Ja, komm. Was soll er geilsen? Oh, das nervt mich so, ne? Jetzt schwimmen wir so langsam. Wir hätten mal was essen sollen. Verdammt. Oh, da kommen wir ja, wie sonst kann ich essen. ein Kopf, wie in den Sieb. Ein furchtbar. Wie ein Staubsauger. Nee, das war oben, oder? Nee, ja, wieder, oder? Da. Okay. Nee, toll, das hat er gebracht. Moment, ich muss aber die vergessen. Ja. Mit ein bisschen Glück, können wir die Fundamente mitnehmen. Bei dir können wir ja abbauen. Müssen wir wissen, dass wir nicht kaputt machen. Gut, das würde ich schon kaputt machen. Wie viel Holz? Moment, Moment, jetzt können wir auch mal gleich gucken, wie hoch das jetzt ungefähr wäre. Technisch haben wir es ja schon mal gesehen. Und, ja, nee. Ich meine, man könnte theoretisch eventuell Wäre möglich. Aber, ja, ich bin damit eh nicht zufrieden gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin damit, wie viel Holz ist, weil ich da unbedingt noch Platz zählen werde. Ich habe auch noch Angst. Aber erst mal hier im Wohnbereich. Und dann möchte ich die Insel nicht auch immer erforschen. Bin ich sehr gespannt. So, denn seid mal gegrüßt und bitte, 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 ne, ach, war klar. Okay. Gut. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den richtigen hier machen. So, der, der ist falsch. Oh, du fragst mich jetzt nicht bei jedem Teil, oder? Oh. Natürlich, natürlich, natürlich. So, hier ist das die ganze Reihe, da. Okay, wir kriegen unser ganzen Eisen zurück. Also 100%. Ich meine, gut, hat es auch nur ein Eisen gekostet. Und wäre wahrscheinlich ziemlich blöd, einen halben wieder zu kriegen. So, die auch, den haben wir auch so. Den haben wir nicht. Den auch nicht. Ups. Und ja, wir sind schon mit der Zeit schon wieder drüber. Okay, haben wir jetzt aber alles hier. Das alles jetzt richtig liegen. Gut. Okay, Fundament bauen wir aber noch. So. Oh, komm. Echt jetzt? Ich sehe das gar nicht. Ähm, das finde ich jetzt doof. Na ja, klar. So. Oh, ich muss die hier mal drehen. Leck mich doch am Arsch. Okay. 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 Ja, ich meine, gut, wenn man es weiß, geht es. Was hast du hier? Ah, da. Und da. Hä? Was ist denn? Hm. 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 Geh, das war mir die. So. Gut. Gut. So. denn das war mal gucken die sieht viel kleiner aus als die ja ok sieht nur so aus Dächer sind halt immer noch nicht so geil wir hatten doch hier eine Alternative gesehen gehabt wo ist denn die ach so hier war es da diese versteckten Dinger voll weich jetzt so ja ich bin eh drüber gut Fundament haben wir gebaut morgen machen wir den Rest erstmal fertig Möbel und so machen wir später weil ich will wissen dass wir die nähere Umgebung hier erkundschaften und dann schauen wir mal weiter ja also dann können wir schau morgen bis dahin ciao ciao oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020